Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, auch wenn der Morgen nicht sonderlich gut ist. Wir befinden uns momentan bei ungefähr 34.800 US-Dollar. Es sieht ehrlich gesagt nicht gut aus, aber wir haben noch etwas Hoffnung. Darauf gehen wir jetzt im neuen Video ein bisschen näher nochmal drauf ein mit ein bisschen ausführlicher Bitcoin, weil ganz ehrlich, Altcoins momentan würde ich einfach nicht näher drauf eingehen. Wir können mal ganz kurz drüber gucken, aber nicht zu sehr. Ansonsten, bevor wir beginnen, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ich euch weiterhin auf den Sack gehen soll, klickt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Ansonsten, wie gesagt, momentan bei 34.500 US-Dollar. Wir haben ein Lower-Low gebildet, erst einmal. Ihr seht hier drüben dieses Low, worüber wir gesprochen haben, nachdem wir unseren Up-Trend gebrochen haben. War das so das wahrscheinlichste Szenario, weil wir mal ganz kurz auf den Daily-Chart gehen. Und dann seht ihr einfach auch hier, dieser heftige Wig, hier unten liegen Stop-Losses. Es ist einfach so, die werden früher oder später gerne abgegrast, auch wenn es jetzt sehr unwahrscheinlich war, dass wir diese nochmal holen. Die haben wir jetzt abgeholt, was mich ein bisschen hoffnungsvoller stimmt, vor allem auf dem Daily. Überhaupt kein Volumen, wir haben Wochenende. Schon mal ein gutes Zeichen, dass es vielleicht überhaupt nicht nachhaltig ist. Ansonsten haben wir jetzt den Monats S1 Pivot, erster Mal getestet, einen kleinen Bounce gesehen, Volumen, absolut mangelbare RSI, befindet sich bei ca. 22. Also wir sind hier in einem krass überverkauften Bereich, heißt aber nichts, wir können auf jeden Fall noch tiefer fallen. Was jetzt auf jeden Fall wichtig ist, dass wir hier jetzt ein bisschen Stabilität reinkriegen. Wir brauchen hier jetzt auf jeden Fall erstmal ein Reversal von den Bullen, damit wir hier in diesem Bereich auf jeden Fall nicht mehr runterkommen. Die 32.900 US-Dollar werden aber mittlerweile immer, immer wahrscheinlicher. Sollten wir jetzt hier keine Stabilität reinbekommen oder irgendwie ein Reversal oder sonst irgendwas sehen, ganz ehrlich sehe ich erstmal mal schwarz, wir könnten hier nochmal ein bisschen hochgehen auf ungefähr 35.700 US-Dollar. Sollten wir dann hier wieder zurück oder rejected werden, ist die Wahrscheinlichkeit wirklich hoch, dass wir in einem Bereich von 32.900 US-Dollar sehen und dann vielleicht hier unseren Boden dann möglicherweise bilden in der neuen Woche. Ich bin trotzdem immer noch ein bisschen positiv gestimmt, weil im Endeffekt hat sich an der Gesamtsituation noch nichts geändert. Wir haben noch nicht dieses Low da drunten abgefischt. Die 32.900 US-Dollar sind jetzt einfach extrem wichtig. Kommen wir hier ganz ehrlich drunter, dann müssen wir wirklich mit deutlich, deutlich tieferen Kursen rechnen und dann sehen wir wahrscheinlich hier nochmal den Bereich um 30k. Und dann könnte es wirklich sein, dass wir in einen Bearmarkt gehen. Ansonsten seht ihr ja im Endeffekt, diese ganze Struktur hier ist einfach seitwärts gerichtet, beziehungsweise wenn man jetzt wirklich bearish sein will, könnte man auch sagen, okay wir hatten hier die ganze Zeit eine Bearflag, die ich potenziell eigentlich ausgeschlossen habe, einfach weil sie aufwärts gerichtet ist und keine Ahnung, zu viel Konsolidierung etc. pp. Ja, aber wir müssen ganz ehrlich sein, die 32.900 US-Dollar sind jetzt dann erstmal das letzte, wo die Stop-Losses ausgefischt werden könnten, die hier drüben eine Long-Position aufgemacht haben. Die Frage ist, ob die überhaupt noch ihre Long-Position aufhaben. Was mich halt wie gesagt ein bisschen bullischer stimmt, ist einfach, dass das Volumen deutlich am Abnehmen ist. Klar, wir haben Wochenende, wir kommen jetzt in größere Support-Zonen. Die anderen machen wir weg, einfach der Verwirrung wegen. Wir hatten gestern einen Haufen Konsolidierungsphase, sind dann jetzt nach unten abgebrochen, aber wie gesagt, es ist wenig Volumen hier in den Markt reingekommen. Klar, wir hatten hier größere Kerzen, aber der Abverkauf hält sich im Endeffekt noch in Grenzen. Deswegen bin ich jetzt bei Bitcoin ehrlich gesagt ein bisschen bullischer gestimmt momentan. Aber gut, Vorsicht ist momentan einfach besser, als jetzt in irgendwelche Long-Trades reinzuspringen. Kann ich nur empfehlen, lieber mal vielleicht Anfang der Woche abwarten. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein CMI-Gap, was bei 36k liegt. Könnte easy abgefischt werden, bevor es dann nochmal ein Turnaround in Richtung Montag oder Dienstag gibt, dass wir nochmal ein bisschen tiefer fallen. Ansonsten Falling-Vetch nach unten hindurchbrochen mit Bestätigung. Volumen ging hier sogar noch, sage ich mal, mit Abverkaufsvolumen, was wir hier reinbekommen haben. Aber ansonsten hat sich an der Situation wenig geändert. Wir haben keine Bullish Divergence in den kleineren Timeframes. Wir gehen jetzt einfach nochmal auf den Daily Chart. Und da sehen wir jetzt einfach kein Volumen hier bei diesen Abverkaufskerzen in den letzten zwei Tagen. Der RSI ist mittlerweile auch knapp hier im überverkauften Bereich. Beim letzten Mal, wo wir hier waren, gab es immer wieder einen Bounce. Also für mich sieht es jetzt weiterhin erst einmal nach Boden aus. Auch wenn wir jetzt hier, wie gesagt, nochmal auf die 32,9 könnten. Vielleicht nochmal einen kleinen Sprung tiefer, einfach um diese Stop-Losses hier unten abzukillen, um dann wirklich einen Reversal zu starten. Das ist momentan die Hoffnung, die wir haben. Ansonsten werden die Vermutungen mit Bärenmarkt immer größer. Das muss man sich dann, oder muss ich mir dann auch ehrlich gesagt eingestehen. Aber so weit sind wir noch nicht. Solange hier einfach dieses 30k hält, bin ich weiterhin hier in dieser riesigen Akkumulationsphase dabei. Ansonsten, dann wird es ernst und dann können wir auch in Richtung 24, 25k fallen. Aber wie gesagt, wir gehen hier Step-by-Step. Die 34.900 oder 34.300 haben wir ja schon des Öfteren angesprochen die letzten Tage immer wieder, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist aufgrund dieses Riesen-Wicks hier und aufgrund dieses Riesen-Wicks hier drüben, den wir auch noch nicht abgegrast haben. Deswegen, es geht nichts anderes außer abwarten. Keine Panik verschüren, am besten einfach ein bisschen Abstand nehmen von den Märkten. Wir können uns einfach mal ganz kurz zum Beispiel Ripple angucken. Also, hält sich dafür, dass Bitcoin jetzt doch nochmal einen größeren Abverkauf gesehen hat, relativ stabil. So ehrlich muss man sein. Also, wir sind hier auf dem Daily-Chart. So riesen Abverkauf sieht man hier nicht. Ganz im Gegenteil, wir haben jetzt hier zum Beispiel auf dem Daily eine Bullish Divergence. Wir gehen jetzt mal auf den kleineren Timeframes. Sieht im Endeffekt gar nicht so beschissen aus. Also, das wundert mich ganz ehrlich schon ein bisschen, dass wir hier vor allem bei den Altcoins nicht diese riesigen Abverkäufe haben. Klar, wir haben auch Cardano, aber guckt euch mal an. Wir hatten im Endeffekt das ganze Wochenende oder so jetzt über diese Phase hier diese Range. Wir haben die Stop-Losses von hier drüben abgegrast und haben jetzt aber auch hier eine 4-Stunden-Bullish Divergence. Jetzt gehen wir mal auf den Daily-Chart. Sehen wir ungefähr, oder was heißt ungefähr? Wir sehen einfach das Gleiche. Tieferes Tief, höheres Hoch. Also, da braut sich auf jeden Fall finden, meines Erachtens. Also, ich will jetzt hier nicht zu viel überinterpretieren. Also, dass ihr jetzt denkt, oh, der ist immer noch extrem bullish. Aber es könnte sich hier wirklich was zusammenbrauen, meines Erachtens nach. Aber, wie gesagt, man darf sich überbewerten. Trotzdem, BTC im Auge behalten, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Ansonsten gibt es wirklich wenig zu sagen. Wir schauen noch ganz kurz auf die News rein. Nvidia, 5,5 Millionen US-Dollar Strafe wegen verschwiegenen Verkäufen an Kryptominer. Oh nein, das juckt die, glaube ich, wenig. 5,5 Millionen, so viel wie die mit den ganzen Mining-Dingern gemacht haben. Ansonsten, Artikel werde ich euch später in die Telegram-Gruppe posten. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen, entspannten Sonntag. Wir hören uns morgen früh zu einem Update-Video-Video. Beziehungsweise, ja, doch, morgen früh Update-Video. Ansonsten halte ich euch natürlich in der Telegram-Gruppe auf den Laufenden, sollte irgendwas passieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen, angenehmen Sonntag, einen schönen Muttertag. Genießt den Tag, glotzt sich zu viel auf den Chart. Wir hören uns morgen wieder und wie immer, ciao, ciao, stay crypto. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020